so hallo zusammen neuer trip da bei belasmus heute mal und ja ich hatte jetzt davor schon zeit verlaufen welchen tag einräumen musste noch ein haufen zeug und würde was dazu gekriegt hier meine tochter meiner tochter ist dann doch tatsächlich aufgefallen dass sich wiki so alleine fühlt ja und hat mir denn mini noch dazugegeben jetzt muss ich mir noch was einfallen lassen dass ich die zwei hier so irgendwie der sitzt ja da am loch und sie so wie chefin aber was ja eigentlich noch so ist eigentlich ja ok war mein zeug hier alles einbauen und ja schade ich hatte ja wie gesagt ich hatte zeit verlaufen davor und hat aber nicht aufgenommen weil hatte ich jetzt auch das erste mal hatte ich jetzt das erste mal und zwar dann kann ich euch dahin stecken eigentlich dass ihr das lenkrad oder so und zwar ist mir nicht aufgefallen dass da in der kamera die die sd-karte rot angezeigt wurde das habe ich jetzt erst gesehen wo ich umschalten wollte auf normal hier um denn das video zu beginnen also mit labern und ich wollte eigentlich mit dem zeitraffer begeben lassen aber wie gesagt ist halt dumm gelaufen jetzt ja dann musste ich die karte erst mal neu formieren formatieren und ja das habe ich das habe ich jetzt gemacht und ja läuft ja und ist grün und sieht doch so aus als ob es aufnimmt wenn ich denn erfahre ich das spätestens dann wenn ich das video hochladen will oder wenn ich denn schneiden will ja wenn sich auch was drauf ist oder nicht mein gott immer mein equipment sieht alles aus jünger kratzer und so zu flicken die namen müssen vom draufrotzen oder was wo ich da ausspare ja was soll ich sagen aber nichts besonderes wir fahren nach new york also ist auch wohl in der nähe von new york ziemlich nahe von new york new york new york nicht new york weiß ich gar nicht was ist denn drauf aber ich denke mal kartoffeln ja kartoffeln gut entschuldigung der lkw muss gerade ein bisschen laufen weil wo ich angekommen bin hat er schon gebiebst denn war mein ding hier unten offen da wo sie das diagnosegerät anschließen ich weiß spannend was du diesmal gemacht hat und ja da vorne steht mein trainer da 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 der zweite von der linken seite also von da der da jetzt wieder gelte glaube ich ran los das ist meiner das ist meine so wie weit sind wir denn hier ich könnte ja mal so langsamer denn den re-trip starten weil den re-trip starten weil wir müssen ja am anhänger noch was machen ich bin rein am kartes ding ist kaputt gebraucht wer bietet das immer hoch so rein am siebzehn raus am ein zwanzigsten ja gut schön den tag länger hier agree 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 will er nicht das ding also ohne witz manchmal dieses ich warte ich hoffe ich komme die tablets bald ohne witz hier das zeug hier lte junge was ist das hier vor kriegs hier keine ahnung hier da ist ein holzmodem drin oder sowas gut und wir switchen und judy 3-trip 3-trip inspection so das machen wir den am anhänger also ich gehe jetzt erstmal zum anhänger wir sehen uns gleich ah nee ich komme den erstmal an und dann gehen wir zum anhänger also bis gleich 3-trip 4-trip 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 5-trip 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 6-trip 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 7-trip 6-trip 7-trip 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und zwar, das habe ich auch noch nicht gesehen, was das denn hier für eine Scheiße Muss das so? Muss doch ganz anders So, wird ein Schuh draus So, ah ja Leer, neuer Tank So, die Achse steht total scheiße Die Federn Rüstig, aber gut Immer mal gucken Wenn die Federn hier, oder eine von den Federn kaputt ist Und die Achse, also der Dolly hier hinten So nah dran ist Dann können die hier auf den Boden schleifen Ach Scheiße, kein neuer Tank Der ist bloß geputzt an der Stelle So, dann können die hier auf den Boden schleifen Oder was auch ein ganz großes Problem ist Im Winter ist ja manchmal Eis dran Richter Batzen, oder denn hier, habe ich auch schon gesehen So auf den Boden die Dinger Und dann kaputt Ja, das wird nachher noch Ein Problem, denke ich So, einmal gucken hier Jetzt quatsche ich so viel Das habe ich mir bis nachher bestimmt nicht gemerkt So, manchmal ist hier noch Papierkreis drin Aber So Also Kein Keine Lotbar Keine Lotbar Okay Müssen wir noch eine dran machen Guck mal hier Ist natürlich jetzt Na gut, es geht sowieso kaputt gleich Wenn ich losfahre Gut Okay Da muss ich jetzt noch was davor machen Schmeiß euch mal da hinten hin So lange Ja Ich versuchge的 Da Da Dann Da Da Das Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bremse. Rücklicht. Linker. Gut. Wie gesagt, Ziel machen wir noch nicht. Fahren wir erst mal über die Waage. Weil das da, das muss ich sowieso vorstellen. Scheiß drauf. Kann man eigentlich gleich machen. Ich schmeiß euch mal wieder da hin. Und dann, das habt ihr ja alles schon mal gesehen. Oder wenn nicht, dann seht ihr das jetzt nochmal, wie man hier die Achse verschieben kann. So. Also, pass auf. Nicht wundern, warum ich hier so ein vergammeltes Stück Palette habe. Also, das ist jetzt hier dieses Alte. Ihr seht den Trainer da drüben. Da ist es schon pneumatisch. Das ist halt noch mechanisch. Also, wenn es geht, muss man den hier hoch. Und der rastet dann hier oben drinnen ein. So. Und dann seht ihr, dann gehen diese Pins rein. Ja. Der da hinten. Ja. So. Manchmal braucht man übelst viel Kraft. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ich das jetzt hier drin kriege. Und dann muss ich diesen, bei manchen Trailern, bei manchen Trailern ist es so, dass wenn die Pins, wenn die Pins über diese Löcher rattern, dann gibt das so eine Erschütterung. Und dann springt der hier oben wieder raus und springt runter. Und es bringt ja nichts, wenn ich den jetzt hier, ich muss den ja jetzt hier mindestens, also von der, die 41 Fußmarke, die muss genau hier stehen. Also sollte sie. Das heißt, unsere Achse, ja, unsere Achse muss ein Stückchen weiter hinter. Der Trailer nach vorne, die Achse nach hinten. So. Und ja, den könnt ihr jetzt mal zugucken, wie ich nochmal ins Schwitzen komme. So, schön, jetzt der Trailer aus. Also. Ups. Ging leichter als die Dach. Das sieht nicht so aus, als ob ich den... Das sieht nicht so aus, doch. Also die andere Seite sieht definitiv besser aus, aber die Pins sieht nicht so gut aus, als ob die nur gut drin sind. Gut, also. Also 1, 2, 3, 4, 3 Löcher. Und dann ist der ungefähr... Ja. Das ist... 1, 2 mal Hammer. Das ist... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und der Hebel sollte dann nach unten springen. Nehme ich euch jetzt schon mit? Ach, das ist gut. Nein. Ach, das ist gut. 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 Aber ist egal. Die Pins sind alle drinnen. Die 41 Fußmarke ist nicht ganz in der Mitte, aber ungefähr. Also, bis dann mal. Ach, das ist gut. 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 so hallo zusammen wir sind ja gestern hier aufgeschlagen wo ich noch mal kurz gute nacht gesagt habe und jetzt habe ich zwar schon alles erledigt habt ihr auch soweit gesehen und ich bin ja schon eine ganze weile wach und vorhin beim pretrip war alles okay und jetzt hier keine chance nachfängt kam es schon so komisch war weil er ist normalerweise so alle 10 20 minuten angesprungen und jetzt springt er nicht mehr an stand auf cycle und jetzt ist durch jetzt ist aus keine ahnung was ist wenn es batterie ist oder also so fängt der tag hier zumindest mal an und da müssen wir erstmal bei uns anrufen und gucken was da los ist ja alles klar so bis dann mal jetzt fahren wir zum repairdienst ja wie gesagt also auf der letzten tour ja ich glaube in einem von den videos da bin ich auch hatte ich auch unterwegs probleme mit dem trailer wo mein dispatch mich angerufen hat du der trailer ist aus und jetzt hier genau dasselbe mein trailer ist aus nur der dispatch hat mich angerufen ich habe es ja selber heute festgestellt habt ihr ja vorhin gesehen und diesmal schicken sie mich gleich zur selben werkstatt oh ja da könnt ihr jetzt mit ich nehme euch mit ne ich nehme euch mit ich habe eigentlich auch schon anrufe gekriegt also ich stand vorhin schon im stau also ich habe eigentlich auch schon anrufe gekriegt also ich stand vorhin schon im stau also aber die baustelle und der verkehr lief ziemlich zäh ein ziemlich ziemlich zäh und da habe ich jetzt so knapp eine halbe stunde verloren hat doch tatsächlich der mechaniker angerufen und hat zu mir gesagt du ich habe ich habe einen anruf gekriegt von deinem dispatsch oder von deinem mechaniker dass du ungefähr also dass du so 1 uhr 30 da sein und er sagt ja da ist jetzt nicht mehr 1 uhr 30 wird jetzt 1 uhr 50 sein aber wir hier noch jetzt über zur stau war oder ja das gut ich bin auch erst um zwei da also perfekt das heißt wenn ich jetzt auf den ruf wollen werde ich wohl alleine sein für auch nicht scheiße ist das schon 1 uhr 57 ja in deutschland 13 57 hier nimmt mir den pm und am ganz schnell wieder an das heißt wieder ja kein sinn dass er jetzt schon da ist wenn ich dann nicht dann stehe ich da und warte noch kurz dann soll man das fixen wobei spannend letztes mal da saß im auto und kam dann raus aussehen sieht es mal nicht so aus also hier einer irgendwo im auto sitzt hey ich werde den jetzt einfach mal wieder hier abstellen so wie ich es beim netz mal gemacht habe þ oder stell ich den hier ab ? schau und lass dich noch treiben, nicht dass der den daher wo anders hin haben will ? nichts, dass der den nachher woanders hin haben will ? Aber eigentlich hat er ja gesagt, ich kann GISS connecten, ne denn? Ja gut, dass hier jetzt eigentlich nichts aufregendes, wollte ich nur kurz mal updaten und dann, ja, sehen wir vielleicht nachher noch ein bisschen was. Alles klar! See you around! So, da ist mein Zwischenstand. Da steht er. Der Termo King-Experte steht schon vorne dran. Und wir stehen hier im Parking-Spot und... Jetzt kann man sich ja schön dunkel, oder? Was ist da vorne so? Oder? Jetzt ist es hell. Anyway, ah, ja. Der Trailer wird gefixt. Also so wie er meint, ist wohl das ganze Panel, was wohl ausgefallen ist. Also dieses LED-Ding da, zeigt überhaupt nichts mehr an. Also das da, also die ganze Bedieneinheit mit dem, wo ich euch vorhin, also wo ich die Kamera draufgehalten habe. Also ihr wisst eigentlich, was ich meine. Ihr seid ja Mensch, ihr seid alles erfahrene Leute. Da ist das Dingensbummens, das Bedienfeld vom Rifa ist wohl komplett ausgefallen. Okay. Macht nichts. Keine Ahnung, was ich mache. Ja, auf alle Fälle... Alleyway. Warten, bis es gefixt ist. Und dann fahre ich dann danach irgendwann mal los. Und da ja unser Termin erst heute Nacht um 4 Uhr ist, ist eigentlich scheißegal. Ich werde heute Abend irgendwann mal aufschlagen. Und ja, anmelden, abladen. Also der übliche Werdegang. Und dann schauen wir mal weiter. Okay. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. So. Der Zähler hängt wieder dran. Mal kurz anhalten. Ja, das ist mal los. Okay, senden die nächste Makro. Breakdown Status Update. The build complete and I'm driving. So. We are back in business. So, gy全 in ein Meringlan hier, das ist ja zwar wahr, ich mich zure. Aber natürlich ist mir schön. Frage oder vielleicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ab nach Newark Schauen wir mal, ob das Ding durchhält. Na ja, wir hoffen es einfach mal. So ein zweites Mal hier. Ich habe es mir jetzt natürlich nicht gegeben und habe jetzt gesagt zu dem, hier, see you next week. Das ist ja dann auch irgendwo ein Armutszeugnis an die eigene Company. Aber das ist halt auch nicht ohne hier. Alter. Der Quinten lässt ganz schön nach mittlerweile. Der Quinten lässt. So, easy, uh, easy pass. So, eight and go. So, four, five, four, six, eight. So, five, seven, eight, four. Three. Let's try, 1,825. Naja, dann habe ich jetzt zwischendrin mal so ein paar Reviews angeguckt, da von der Firma, wo wir hin müssen. Da sind denn so Wörter hier gefallen, wie Junkhole und sowas. Naja, schauen wir mal. Ja, manchmal ab und zu muss man halt gucken. Also, oder kann man sich ja schon vorher informieren, ob jetzt da overnight parking ist oder sowas, weißt du? Ich komme ja da natürlich auch an. Jetzt, spät. Also ich schaffe es natürlich noch rechtzeitig zu meinem Termin, aber trotzdem komme ich später an. Und je nachdem, wie lange die jetzt brauchen, das Thema kennt man ja, es kann auch mal länger dauern. Was ich da jetzt gelesen habe, ja um 7 Uhr eingecheckt und um 3 Uhr erst oder raus. Na ja, dann kann das nämlich gut aus sein, dass wenn ich denn da bin und wenn ich ausgeladen bin, dass ich keine Fahrzeuge habe. Das muss, dann muss ich da stehen. Aber gut, dass wir mal drüber geredet haben. Das sehen wir, wenn wir da sind. Bis jetzt ist alles gut. Also, See you around! See you around! See you around! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.